Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Trainingseinheit mit dem Team vom Gesundheitszentrum Carbos Vital und mit mir, Claudia. Heute habe ich mir überlegt, die Übungen quasi zu durchlaufen, die wir normalerweise hier im Gesundheitszentrum mit unseren Kraftgeräten im Zirkeltraining durchlaufen. Der Kraftzirkel ist von Live Fitness und diejenigen, die bei uns sind, die kennen sicherlich diesen Zirkel. Und wie gesagt, wir müssen natürlich jetzt gezwungenermaßen die Übungen zu Hause machen. Wichtig ist, dass ihr eine kleine Erhöhung habt. Ihr könnt natürlich auch mal gucken, ob ihr irgendwo eine Stufe habt oder ob ihr die Bettkante nutzen könnt. Zusätzlich natürlich eine Matte am Boden und zwei Gewichte. Das Training wird so ablaufen, dass wir die Übung immer 20 Sekunden durchführen und 10 Sekunden Pause ist. Wir werden hintereinander wegarbeiten, das heißt, wir werden zwischendurch nichts erklären, sondern wir versuchen gemeinsam hintereinander wegzutrainieren, damit wir auch ordentlich ins Schwitzen kommen. Gut, so als allererste Übung fangen wir an mit dem Rudern und brauchen unsere zwei Blaschen. Stellt euch auf, noch mal kurz durchatmen und wir beginnen die ersten 20 Sekunden. Und los geht's! Und los geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020